Bits. Anonym hat ein Flasch Julian geschenkt. Let's Hugo TV. War's doch nicht unser Hugo, oder? Was ist Hugo? Oh. Hat sich auch ein goldenes Kapper geholt, oder wie? Hugo war kurz da und hat sich ein goldenes Kapper geholt. Ich weiß nicht, wie sie das sagt. Chris, was geht da? Hey, sag doch, die hat nicht mal Danke gesagt! Alter. Bitte? Ja, bei 7000 Saft ist das nicht Danke sagen. Ja? Echt? Ich sag bei jedem Sub Danke. Echt jetzt? Ja. Du nicht? Nein. Nein, natürlich sag ich nicht mehr Danke. Was? Sorry. Meine Dankbarkeit ist, dass ich halt jeden Tag hier online bin. Ja, sorry. Wann hört die Scheiter eigentlich endlich auf? Weiß ich nicht. Ich mach nachher ein paar Wochen Streamen, glaub ich. Ja, oder wie?